Vielen lieben Dank, Thilo. Ja, jetzt, wir haben jetzt wieder ein Highlight für euch vorbereitet. Wir haben Spezialgäste eingeladen, sozusagen sogenannte Special Guests, die einen weltumfassenden Bekanntheitsgrad haben. Ich darf das jetzt erklären, dass man auf der ganzen Welt bekannt ist. Künstler, den technischer Firmkanzli Plenik als Eul finden. Der erste Künstler hat mit Sorgen über seine Berufsmutter und über eine Honigbiene Weltumannand hat sich an die Weltmitte katakuliert des sinnfreien deutschen Schlagers. Meine sehr verehrten Damen, hier ist für euch die goldene Stimme aus Prag. Danke. Danke. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.